Es gibt Momente im Leben, die uns für immer prägen. Weid oder Pflicht? Bist du noch Jungfrau? Deine Pflicht? Du musst mit Harden rummachen. Ich hab keine Lust mehr zu spielen. Aber geht es nicht eigentlich darum, was jenseits dieser Momente passiert? Was machst du? Musst du nicht noch eine Pflicht erfüllen. Und wie ist der so? Sei vorsichtig. Harden ist kompliziert. Wovon träumst du gerade? Mein Leben vor ihm war so einfach. Und jetzt gibt es nur noch danach. I don't wanna be like that Better than the need like that Untertitelung des ZDF, 2020